Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video, heute mal zu einem kleinen Tutorial, heute zeige ich euch, wie ihr die Minecraft Vollwässer und kostenlos runterladen könnt. Ok, dazu gebt ihr in Google Minecraft Exe bei Gamefront 1, hier ist es schon, klickt drauf, dann kommt ihr auf diese Seite, diese Datei, Minecraft Exe, downloadet euch die Datei, ich downloade sie mir jetzt nicht, ich habe sie schon gedownloadet, es ist die Folge Zoom, kostenlos, es ist nicht, keine Angst, aber es ist die Version 1.5, eine ältere Version oder veraltete Version, ja es gibt noch eine andere Seite, die heißt Bozian of Games, vielleicht kennt ihr der ein oder andere von euch, ist diese Seite, soviel ich weiß, kann man da die Minecraft 1.8 Datei runterladen, ich würde es nicht machen, denn auf dieser Seite gibt es viele Viren, gerade auch, weil jedes Spiel oder fast jedes Spiel wird hier auf der Seite als Folge Zoom angeboten und man kann es runterladen, ich würde es nicht machen, es kommen viele Viren drauf, auf der Gamefront Seite kommen keine Viren drauf, ich habe es heruntergeladen, ich habe Viren gescannt, es hat nichts gefunden, es ist echt super, das ist für so Leute, die keine 20 Euro zahlen wollen, so wie ich, wenn man es nur gelegentlich spielt, ja, das war es eigentlich schon im Video, ich hoffe es hat euch gefallen, ich würde euch bitten, in den Kommentaren mehr Ideen für Tutorials reinzuschreiben, weil ich will mich jetzt mehr auf Tutorials speziell ziehen als auf Let's Plays, weil ich Tutorials wesentlich spannender finde und informationsreicher als Let's Plays, ich hoffe es hat euch gefallen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.